Hallo und herzlich Willkommen zurück zu TTT, Standbild, Standbild am Sonntag, Standbild Simulator mit folgenden Leuten, Reaper, Ney, Mr. Wanwa, Cyberbot, Ohio Navolantan, und Echze. Hallo und Echze, für dich als Info, oben auf dem Turm darf man keine Disco werfen, weder als Traitor, weder als Traitor, noch als Inno, nichts. Wie ist das mit der Super-Disco-Tilt? Gehe ich mal davon aus, Satz. Ja natürlich, Disco ist Disco. Wieso ist das eigentlich verboten? Ganz einfach, weil wir in der Aufwärm-Runde, weil ich in der Aufwärm-Runde zweimal gerandom-killed wurde. Also, die Kollaterale... Wenn es einen Traitor wirft, ist es ja kein Random-Kill. Nein, ich war Traitor. Achso. Die Kollaterale stehen waren ein bisschen so hoch. Achso, von deinem Kollegen wurdest du Random-Kill. Nein, von deinem Inno. Nee, ich mein, aber wenn es einen Traitor, die Disco zündet, ist es ja kein Random-Kill. So meint ich. Das ist egal. Smay, hör endlich auf, mich zu verfolgen. Ohne Witz. Was für Verfolgungsfahn? Nein, aber du verfolgungsfahn. Da gibt's was für eine Notionfahn. Für den Cent auf die Eier. Huh? So. Hui! Ist ja jemand auf dem Turm oben drauf gerade eigentlich. Und übrigens, Echse, ich wurde ja schon zweimal vom Fahrstuhl zerquetscht. Das ist noch cooler. Äh, Reaper, lebst du noch? Huh? Ich denke mal. Reaper? Ja, ich lebe noch. Aber du hast auch gerufen, ne? Ja, weil Snail mir den Stein vor die Füße geworfen hat. Du hast halt froh, dass du noch Schaden genommen hast. Now ist nach dem schon mal gestorben. Ja. Und du hast einfach reingelaufen. 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 Mit einer Dickel. Mit einer Dickel. Sag mal, Cyberbutt, wieso hast du eigentlich nur zwei... Score? Boah. Ihr habt bestimmt schon voll viele Runden gespielt. Das ist... Das sind zwei... Also wenn wir zusammenliegen, dass er alle nasenlang vom Umfeld... Davon habe ich gesehen, dass ich immerhin als erstes gestorben bin. Und zwei meiner Nase reingedrängt wurde, wo ich gestorben bin. Du bist ja in jeder Runde bisher gestorben. Oder hast meine überlebt? Ähm, ja. Also in jeder Runde, wo ich nicht Tee war, so ziemlich. So, ich... Oh. Ja, manchmal warst du auch Kaffee. Hahaha. So, das war eigentlich... Könnt ihr... Könnt ihr meinen Jonglier... Das müsste... Wand war oder... Ich bin's nicht. Ich bin beim... Am Turm. Am Turm. Ja, dann müsste das Cyberbot gewinnen sein. Ja, Cyberbot habe ich auch auf dem Turm gesehen. Ich versuche einen Jonglier-Trick. Ich versuche einen Jonglier-Trick. Ich werfe ihn nur die Discos runter. Was genau, John? Wie erst du denn? Vom Turm werfe ich die Discos runter. Vom Turm werfe ich die Discos runter. Ich fliege aber weit. Okay, damit hast du dich fragen. Was ist eigentlich, wenn man sich selbst in der Disco geht? Dann ist das dumm. Dann ist das echt. Und fertig. Warte mal, ich versuche jetzt mal gerade was. Ein Trick. Das ist ja gar nicht mehr am Turm. Und rein hier. Ach, da kommt man nicht durch. Wer war das? Ah, ja. Hm. Ja, fangen wir da oben. Es hat eine Taube. Oh, fahren wir mal auf dem Turm. Ja, 100 Jahre später. Oben auf dem Turm. Der hat eine Taube. Cyberbot kommt zu dir. Der auf dem Turm hat eine Taube. Snake. Snake, okay. Snake, okay. Snake, okay. Nein. Gut. Ihr werdet, er schickt mich. Er springer. Er springt wirklich. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Er ist wirklich gesprungen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Confirmed ihn mal. Er hat zumindest keine Trader-Ding da oben platziert. Confirmed ihn mal. Der ist runtergesprungen. Ist er hier? Ja, das ist er. Ja, war eh nur. Oh, hi. Warte mal. Wie war das? Warte mal. Ja, wann war? Ich hab nicht immer noch vorher getrieben. Wie viel Leben hast du noch, wann war? Äh, 70. Wer hat mich denn mit was gekillt? Taube. Oh. Cyberboten sich. Ach nee, warte. Ich sag dir auf, nur mal eine Taube. Ich hab's gesehen, wie du bist. Lass mal, warte mal. Ich krieg dir auf, hol mir der Shotgun einen mit. Du bist so wahnsinnig schade oder so. Ja, war wahrscheinlich. Du schattest direkt vor mir, als ich geschossen hab. Ich hab übrigens gesniped. Also. Ja, deswegen hab ich ja schon gesagt, wann war's wahrscheinlich gesniped. Ja, ja. Aber als dann jemand gesagt hat, Turm, ist mein Herzschlag wieder normal geworden. Hä? Ich nicht steh oben. Ich muss sagen, sie sofort Turm was mach ich. Ich geh ne Fahrschule und fahr wieder runter. Da ist dein. Ich hab nur die Discos entschärft. Er ist. Ich hab ne Sniper. Oh Mann, da ist dein. Ging's dir ja normal geworden. Denk mal drüber nach. Oh Mann. Ne, sei einfach still. Bei ihm wusste ich sowieso, dass er T ist. Ne, sei einfach still. Ne, bei ihm wusste ich sowieso, dass er T ist. Weil er verfolgt mich immer, wenn er T ist. Oder kein T. Das heißt, er ist jetzt Traitor oder was? Er ist jetzt mein Traitor-Kollege. Ja, er ist immer dein T-Kollege. Nein. 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 Was nein, Mann. Ja, ich hab irgendwie die ganze Zeit Waffen weggeworfen. Was? Peter? Hat der grad Peter gesagt? Peter ist es. Peter ist Traitor. Peter ist Traitor. Peter ist Traitor. Ski ist gegen mich gelaufen. Er ist im Fahrstuhl runtergefallen. Nicht, nicht, Peter ist Traitor. Sonst kommen die ganzen Tierschützer. Peter, Mann, Traitor. Oh mein Gott, nein. Doch, wer hat die ganzen Tierschützer gemacht? Was habt ihr gesagt? Ich hab' je gesagt. Ja, der Peter oder was? Ja, oder wir spielen mit Piepsmeet. Das bin ich. Ich bin auf, was hast du... Oh, da liebt's grad einer. Da sneilt jemand auf den Turm drauf. Also nicht auf den Turm, der ist es. Sondern jemand sneilt von außen auf den Turm. Nein, nein, nein. Ja, ich hab' grad ne... Ja, ja, ich hab' verstanden. Ich hab' grad' auf den Turm geschossen. Ich wollte nur das Fenster kaputt machen. Und genau in dem Moment lief da einer lang. Oh, oh, oh. Wie soll das denn lieber bitte durch? Oh, da ist noch einer. Komm, ich schick' den Fahrschuh jetzt wieder runter. Ja, fahr' mal runter. Nee, ich fahr' nicht runter. Ich schick' ihn runter. Ja, mach das. Ist die Leiche da oben drauf? Ja, die klebt da unten. Wir haben ne Leiche? Ach, die klebt ne, die klebt unten. Ja. Ne, die klebt da oben dran. Gibt es da nicht irgendwie so'n Song? Ich hab' ne Leiche im Keller liegen. Ich fein. Ja. Scheiß, in meinem Keller liegt ne Leiche. Weißt du die? Ja, ja, genau. Exe hat, glaub ich, grad geschoppt. Ach, ich, äh... Wow. Leute? Ja. Ja? Ja, was? Ich glaube, Exe ist es. Wieso, denkst du ich? Wieso Exe war doch gerade bei Reaper? Ich will uns selber bei Cyberbot hier. Jawohl. Das sah eben so aus, als hätte er zwischen euch geschoppt. Hä, wo warst du denn grad? Was ist denn das? Ich beobachte euch. Ich beobachte euch. Was ist denn mit Snail los? Der ist da drin gestorben, der kommt ja nicht mehr raus. Das ist ehrlich. Warte, warte, ich muss dieses Ding, ich muss dieses Ding da... Was muss denn für Ding, wo? Ne, ich muss die Leiche wegnehmen, die ist zu hässlich. Ähm, Exe. Exe! Exe! Was hab ich gesagt? Exe ist tot, hat einmal Thyrium? Hat er nicht. Ich hab Exe erschossen. Und was bin ich gestorben? Und Exe hat Cyber erschossen. An was bin ich gestorben? Ich stimme aus dem Jenseits, ich hab nicht geschoppt. An was bin ich gestorben, Exe? Ja, es ist mir, was hast du geschossen? Äh, Baby. An die Explosive Baby Launcher. Ach. Oh! Oh, oh, macht aus. Ich hab jetzt richtig fies. Haut der meiner Frau einfach mal so richtig schön den Headcrap in die Fresse auf. Ach schon, da hat irgendwer von euch dann hingeguckt als die den Explosive Baby Launcher Ja. Ich hab aber, äh, Tower wurde es noch dran gestorben. Das war alles gut. Im One War hat es so knapp überlebt. Ja, ehrlich. Du hast so abgedrückt gehabt, dass du ihn überlebt hast. Ich hatte vier Leben noch. Ja, aber ich hab mich nochmal mit der Shotgun abgeballert, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ich hatte gedacht, das wäre ein, äh, hier, Bouncy Ball Launcher. Nee, ich hab einen Explosive Baby Launcher, den hab ich mir gehoben. Seit wann haben wir einen Explosive Baby Launcher? Den hatten wir beim letzten Mal schon. Da bist du beim letzten Session schon mal dran gestorben. Und da hast du gefragt, seit wann haben wir die Waffe? Ja, den hatten wir beim letzten Mal auch schon. So, wer ist Twitter? Ich. Oh Gott. Was war's für eine Map hier? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber... Warte mal. Das war die eine Map, wo ich die Superdisco gedroppt hab, wo ich jetzt inno geworfen hab. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert habt. Achtung! Discos fliegen vom Dach! Darf ich mal? Nein. Darf ich mal? Nein. Ja, darf ich mal eine Disco werfen. Wir fahren aber nicht durch. Sag mal, lebt ihr noch? Ich... Glaube. Anscheinend nicht. Okay, der Snail hat einen Navo gefunden. Und Sarabot war der Letzte bei Navo. Nein, ich bin rausgegangen. Okay, darf ich auf Snail? Dafür bist du für mich jetzt sehr verdächtig. Julio ist weg für ihn mir jetzt gerade erst auf. Schnell. Blitzmerker. Der ist aber so genervt. Deswegen. Blitzmerker. Blitzmerker extra. Bist du bei Sarabot jetzt sicher, ob er Traitor ist oder nicht? Äh, zu 99 Prozent. Weil... Oh, 99 Prozent! Das ist ja... Okay, 99 Prozent heißt ja, dass er nicht schießt dann. Das heißt, ich bin zu 1 Prozent unschuldig. Das heißt also, dass wenn wir Cyberbot jetzt abknallen... Ja, Moment, nee. Das heißt ja, wenn wir Cyberbot jetzt abknallen und er ist Inno, ist automatisch Snail der Traitor. Stimmt. Nein. Stimmt. Es können auch Reistungsfehler im Material eigentlich sein. Mach das ja nur als Traitor. Kann auch ein Reistungsfehler sein. Ey, was war das denn gerade hier? Der schießt! Echse! Was war damit ein Messer? Ich hatte Fäuste! Ja, ja, ja. Also wenn ich tot bin und Inno bin, dann ist Reaper hundertprozentig Traitor. Snail denkt immer wirklich gleich, ich bin Täterverfolger und schießt du wieder auf mich? Also sorry, ich nehm einmal Fäuste in die Hand. Deine Fäuste hat alles wie ein Messer! Warte, warte, warte. Ich nehm einmal Fäuste in die Hand? Ja, nimm mal die Fäuste in die Hand. Ich stand nicht mal neben jemandem von euch. So, wo ist dann noch ein 90% Täter? Die NAVOKA ist schon lange tot. Okay, okay, Reaper! Ach komm, du hattest gerade ein Messer diesmal. Jaaaa! Ich hab's gesehen! Das ist meine Idee. Ah, dann sind es Reaper und Cyberbot. Was denn? Ne, doch nicht. Die guten Bewegung, aber die sah wie ein Messer aus. Genau, okay. Echse, ne? Ja, komm, ich schaffe jetzt durch irgendwen. Durch irgendwen? Irgendwen ist auf jeden Fall die beste... Doch! Das klang jetzt danach, dass Salbert du Echse getötet hast. Das ist die beste Lösung, Echse. Es stirbt doch irgendwen. Die Lösung aller unserer Probleme ist, Echse stirbt doch irgendwen. So, Salbert, willst du immer noch sagen, meine mathematische Formel ist falsch? Ja. Denke ich. Wenn ich total... Wenn ich dafür sage, ich bin immer noch dagegen, dass die richtig ist. Die war zu 100% richtig? Nein. Ihr wollt mal zu 1% richtig? 99% war die richtig. Ich suche gerade, wann, warum ihn zu töten, also bin ich hundertprozentig in. Ja, 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 ja. Ich suche aber auch Salbertami zu töten, obwohl er ja... Tölt euch gegenseitig. Ja, du hab' ich voll verstanden. Ich werde... Ich werde so... ...wann einfach so die Kugel zwischen die Augen geben, dass er nicht mehr weiß, wie ihm geschieht. Leute, da ich gehen sollte, es ist gut. Mach das. Da ich mal den... ...den Dachboten auf der Dead gesehen hier... Ah, ich mein Wander. Äh, der, der das kleine Häuser... Ja, der Dachboten auf der Dead. Ja, ich hab' da... Dinge verrichtet. Man merkt. Wander, lass mir den, lass mir den, lass mir den, lass mir den, lass mir den. Okay, okay, okay. Ist meiner... Bleib mal stehen jetzt. Du bist zu viel so nah dran. Hä? Ja... Ja, danke. Ähm, Reaper? Was war das? Der Unterschied... Du bist direkt hinter mir her gelaufen und es sah wie eine Führungstechbewegung aus. Wir sind rein in den Hammer am Hauen. Ich hab' mit den Fäusten zugeschlagen. Da geht's... Nein, okay. Ich hab' mit den Fäusten zugeschlagen. Ja, ich glaub' mit den Fäusten zugeschlagen. Sieht nämlich genauso aus, wie jetzt, wenn du mit dem Messer, äh, die Identität glaubst. Ja, wie gesagt... Und ich, bei dir sah's halt... Bei dir war der Unterschied, du hattest... ...nur... ...gedacht, du hättest eins in meiner Hand gesehen. Ja, das Losballern ist so ein Symptom aus unserer... Ja, fand ich auch. Ich hab' nicht mal gecheckt, wer am Ender Trader war. Cyberbots 1 war wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, wann war's nicht umgedacht. Aber da bin ich eigentlich richtig durchgegangen. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' auch erst ein paar Sekunden überlegt, soll ich jetzt schießen oder? Soll ich nicht schießen? Dann hab' ich mich... Ähm... Na gut, ist jetzt egal. Nein. Das fühlen wir nicht weiter aus. Das hört sich jetzt gerade etwas komisch an. Was? Nochmal was? Nein. Einfach nein. Okay. Äh, Deadringer, Deadringer. Wann war was? Ne, ich... Äh, ja, extra auch nicht. Ja, 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 ja. Wir waren direkt neinander. Wir waren unabstand, direkt neinander. Ich sieh' eine Nabo! Wo warst du, Nabo? Äh, ich war gerade beim Leuchtturm Richtung, äh, Richtung Brücke gegangen. Ich hab sie gesehen, sie hat nichts gemacht. Okay, da warst du komplett... Da warst du komplett woanders, wo wir nicht waren, also wir konnten schon nicht gewesen sein. Ja, ich hab sie auch gesehen, sie hat da nichts gemacht. Ne, ne, darum ging's ja auch nicht. Es ging darum, dass ich einen Deadringer gehört hab. Also, ich... Ich hab Slay oder Recall im Verdacht, wenn du nicht... Ach, nur eingeschaltet, weil ich hab dieses, äh... Geräusch da auch von... Ich hab Sirebot im Verdacht. Warte, warte, ich hab eine andere Idee. Hau mich, hau mich, hau mich, hau mich. Wer ist bei dir in der Nähe? Wann hat das Erschalten gehört? Hau mich! Ne, ne, ich hab gar nichts... Ich hab, äh... Dieses... Zipke. Nein. Ganz nett, ich hab mich sogar testen lassen. Der hat auch einen Deadringer-Test mit mir gemacht. Aber das war nicht bei mir. Reaper, denkst du jetzt grad eiskalb auf dem Tor? Nee, lebst du noch? Ach, wie geht's auch mal? Da wird doch auch schon getestet! Ja, jetzt hab ich... Es sind hier viele. Gleich 100% sterben, Reaper, oder? Äh. War umgebracht, und? Du hast Reaper umgebracht! Ja. Ist ja eine Leiche. Identifiz... Die wirst du niemals finden. Niemals! Ihr dürft nicht durch! Du hast... Du hast sie nicht umgebracht, du hast eine Leiche. Und die hat nicht geschossen. Eigentlich würd ich ja schon gerne. Ey, ich steht nach oben. Ich weiß nicht, als er nach oben steht. Alter, diese Verdächtigung hier, ne? Das ist einfach zu kompliziert gerade. Scheiße! Pew, pew! In meinem Keller liegt eine Leiche. Äh, Reaper, lebt doch noch! Ja, du lebst du nicht noch! Scheiße! Guck, ich spiel mal auf! Ne, lebst du noch? Ja. Ist so ein Pfeiler. Okay! Hat jemand bei Snell... Ne, der Deadwanger wurde ja ausgemacht. Wurde immer voll! Okay, aber einer von beiden hat einen Deadwanger dabei. Ah! Disco nicht im Turm zünden! Ich check hier grad gar nichts mehr. Auf von, nicht im Turm ist egal. Um das mal klar zu machen. Nehmen Turm, da können wir auch nur auf dem Turm machen. Wenn du die aber unten eine Etage runter hast... Ja, das zählt auch für auf dem Turm. Wie ist es mit auf den Turm werfen? Echze, was auch immer du eben in der Hand hattest... Das ist auch nicht. Ist das sogar möglich? Ich hab... Ey, ich werd angeschnitten! Es sah eben aus, als hättest du... Von? Ich hab meine Fäuste in der Hand wie immer. Ich wächst immer so gut. Ich hab meine Fäuste schon in der Hand. Hast du die abgeschnitten und in die Hand genommen? Es sah eben so aus, als hättest du irgendwas gelöffelt. Mit du gucken, die hat doch alle Munition, Reaper. Nabo stand neben mir auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall... Ich hab mich schon gut. Die bleib ich dir jetzt bestimmt nicht hin. Cyberbots hätt's gewesen sein können. Und hier aus. Wieso? Ich hab doch keinen Schuss abgegeben. Dann schmeißt du drei Bein und jemand... Ich hab das Saut auf. Ich schmeiß meine... Meine Sauter wohl nicht weg. Ich check hier grad gar nichts mehr. Wann warst du auf dem Turm? Ne, ich bin hier bei Snail. Und beim Waffenspawnplatz. Yep. Waffenspawnplatz. Okay. Entweder Reaper... Reaper... Oder Snail oder Nabo und Cyber. Reaper... Oder Snail? Jetzt mal so ne ganz andere Frage. Oder Snail? Das... Oh ne, okay. Die Frage hat sich grade erledigt. Wuch, hier ist der Barcode. Ähm, Snail. Was? Nein. Doch. Äh, ist der tot? Äh, warte. Wo ist Snail? Wer ist warum tot? Nein, der ist nicht tot. Der hat einen Deathbringer. Der hat einen Deathbringer. Der hat einen Deathbringer. Das hab ich nicht gehört. Der hat den doch wieder angeschaltet irgendwann. Wo ist denn der? Irgendwo hier spawnen gleich Snail. An die Leute. Ja, ja, ja. Snail. Snail. Ja, das sieht man doch auch hier an dem Ding. Das ist jetzt die begehrte Trophäe Snail zu erschießen, weil das ist ein Pufenmacher. Das ist mein Blutwanderer, ne? Das ist dein Blut, dieser Barcode. Immer aufpassen. Immer Augen aufhalten. Das ist nur beim Turm. Richtig. So richtig. Habt ihr ihn? Nein. Nein. Ja, er lebt noch. Erst bei mir. Au. Irgendjemand silent snipet. Ja, ich bin nur noch mal. Du siehst das. Ich bin gerade angesniperd worden. Ich bin gerade angesniperd worden. Du bist auch für mich. Ich bin ein ganz lieber Mensch. Wir haben ja noch acht Sekunden, ne? Mach mal was. Hi. Mach mal was, Cyberbot. Cyberbot. Könntest du mal bitte... Ja. Die, die, die... Ich glaube, rechte... Ja. Wer war jetzt Grater? Ja, ich und Snail. Snail kannst du auch irgendwas machen. Außer Reaper umzuschieben. Hast du mir gerade noch die Identität geklaut? Nein, die kann ich nicht abstecken mit Platte 1. Ah. Weil das hab ich nämlich gesehen. Ja, ich glaub dir noch... Wollte, die Identität mit Snail sagt noch acht Sekunden, Cyberbot. Was? Was macht man acht Sekunden vor und Ende? Die Identität klauen natürlich. Ich hab die Identität nicht geklaut. Ich hab die Identität nicht geklaut. Ich hab die abschlecht mit der Platine. Haha, Cyberbot. Was jetzt ernsthaft nicht verstanden? Oh mein Gott. Ich habe gesagt, Sarat, noch acht Sekunden muss was machen. Ja. Und deswegen meinte ich, man würde acht Sekunden vor und Ende nicht die Identität klauen, wie wann man dachte. Das meinte ich. Na ja, gut, es gibt ja mal noch den Haste-Mod. Ja, wow, acht Sekunden vor Ende des Haste-Modes. Wir waren ja schon im Haste-Mode. Ja, gut, das kann ja keiner wissen. Ja, das... Das siehst du doch... Das siehst du doch schon! Also, du siehst du doch da unten, wenn er links unten steht, dann sind nur Haste-Modes. Ich hab ein 27-Zoll-Bildschirn, da muss ich erstmal meinen Kopf 90 Grad nach links drehen, um das zu sehen. Ich hab mal 81-Zoll schon da unten, wann war das ist noch heftiger, 81-Zoll. 81-Zoll? Da fängt nämlich Leute um. Nee, 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 nee. Centileter! Das ist ein Wieser-Stein, Alter! Das ist ein Wieser-Stein, Alter. Das ist ein Wieser-Stein, Alter. Das ist ein Wieser-Stein. Alter, Mr. Wieser-Moder schießt! Ist das ein Wieser-Stein? Ja, eben! Der tötet Menschen, Wieser. Wer tötet Menschen? Der Stein! Der Stein des Todes! Der Stein der Weisen! Der Stein der Weisen! Der Stein des Todes! Ey, jetzt spielt's Echse mit diesem dummen Stein rum! Dann gibt's noch Harry Potter und der Stein der Wanwa! Ja, was ist mit Wanwa? Alter, das ist immer der geilste Film aller Zeiten! Ich will den gucken! Ey, einer ist schon tot, denn irgendjemand ist im Stein drin, spring mal, Herr Stein! Nee! Snae ist tot, oder? Äh, ja. Ja, Snae ist tot, das ist schon mal das Zeichen, er redet nicht über Steine von Zählen. Ja, genau! Wohhhhhh! 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 Okay, wer hat Snae gesnötet? 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 Nur weil der Snae heißt, was sonst nicht snöten! Und snöten? Und snöten! Wieder Aufzug, ihr Aufzug! Ich pass jetzt auf! Schöne, das ist Wahnsinns! Steine! Tiefliegende Steine! Ist jemand auf dem Turm da drauf? Äh, ne! Ich glaube, er fällt mir gerade ein, ich muss mal was da rausfinden. Ähm, was? Huch! Okay, hier ist schon mal keiner gerade. Hab ich gerade wieder ne Bombe gehört? Ne, hab ich nicht. Du hörst immer viele Sachen, ne? Ja! Ey Rebo, was machst du eigentlich mit dem Magneto? Okay, da gibt man jemand in der Schosse, mit ner Shotgun, mit ner ganz... Wow! Ich steh direkt vor dir mit ner MP7. Also... Du musst mit Steinen spielen. Nur um das Platz zu stellen. Oder es ist ein Radio. Radio... Stimmt! Ich erinnere nur an diese eine... Wenn's ein Radio ist, dann lebensnehe noch und jemand anders ist tot. Obwohl... Aber wer springt dann im Stein? Den anderen reden alle. Ja, wir könnten versuchen, das gleiche zu finden. Reba, was willst du von mir? Ne, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Ihr knallzt doch dann ganzes halt! Ich! Ich! Ja, ich schieße, hallo! Das ist kein Radio. Okay... Ja, Wook hat gerade gesagt, dass... Da ist nichts aber wirklich zu 100% Notfall in der Schling gesprungen ist. Wieso schießen wir einfach an Navo? Weil ich die Steine versenken möchte. Reaper, lebst du noch? Das ist kein Spiel, Steine versenken. Ne, Reaper ist gestorben. Starobot wahrscheinlich. Nein, ich hab einen MP7 jetzt. Warum? Leg gesniped. Ich hab einen MP7. Leg, ich hab einen Leg, Alter. Scheiß, wenn die mich jetzt töten, ist es unfair. Okay, man sollte anscheinend die Steine da nicht rein tun. Exel, ich hab einen MP7. Wenn die mich jetzt tötet, ist es unfair. Warte kurz, ich bin kurz Aufnahme, bis gleich. Gleich. So, wer da... Jetzt darfst du wieder laufen. Rifle, Headshot. Ich hab einen MP7. Was hast du für ein Aufwachzeug? Wann war? Warum versteckst du dich da so auffällig? Ich wollte nicht getroffen werden von der Sniper. Wenn du gleich stirbst, wenn nicht immer, irgendwie. Du kannst deine Rifle weggeworfen haben, ganz einfach. Ich hab einen... Au! Okay, da draußen. Ja, eben. Ja, exel, du darfst. Wann! Du darfst vorhaken! Wann war ist es, definitiv, du bist auch... Sorry, 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 sorry! Wann, Alter! Du bist auch. Chill. Ja, das war klar, dass wir beide sein. Ich wollte eh schon noch... Nein! Was war nein? Ich hab einen Legs. Ja. Wo bist du denn überhaupt, Alter? Ich war hinter mir raus. Der Bro, warst du auch tot? Er hat sich mit seinem eigenen Zauber erledigt. Nice! Wow, mit Legs ist es auch so leicht, jemanden immer zu bringen. Ich hab extra abgewartet, sogar als du gesagt hast, dass du geleckt hast, hab ich dich gesehen. Ich hab's in der Jungen gebracht. Ja, ich hatte noch mal... Ja, dein Tee-Kollege ist wenigstens... hat mehr gemacht als du, ja, was ich hier gesehen hab. Nein, ich hab Reaper gesnappt und dann hab ich meine Cyper weggeworfen, mit der NPC7 geholt. Wow, du hast... Ja, nein, du hast so wundervoll viel gemacht. Aber ich wusste eh schon, dass du Traitor bist, als du mit der Dig auf mich geschossen hast. Ich hab's doch schon vorher geahnt. Ich wollte ja gar nicht auf dich schießen, ich wollte dich eigentlich abstechen, mal wieder. Ja, ich hab mir eben gesagt, dass du Traitor bist. Ich wusste eh schon, dass du Traitor bist. Das Witzige, ich will immer jemanden abstechen, ich hab ne Hauptwaffe in der Hand, wechsel auf die Waffe. Was macht meiner? Er schießt und dann wechselt das. Hm. Das ist gut. Ja. Sehr interessant. Gut zu wissen. Ey, Plasma! Oh, oh. Wow, das war... Snae hat die geworfen. Snae! Nobba, nobba. Sag mal, Snae hast du nen Flopper oder warum hast du keinen Fallschaden bekommen? Snae, Snae ist T, Snae ist T. Ich denke, Snae hat nen Flopper, der hat keinen Fallschaden bekommen. Snae ist T, ich glaub Snae ist T, Alter. Snae ist T, hast du mich grad runtergefallen. Ich denk Snae ist T, du hast voll durchschaut. Der hat uns einen Schubkarre geschossen, Snae ist Traitor. Wer hat ihn angefallen? Und Cyrebot ist mein Tail-Kollege. Ja, wer wär's T? Cyrebot. Sicher? Ich hoffe, war Cyrebot jetzt eigentlich auf dem Map hier Traitor. Also Snae und Cyrebot sind's. Sicher oder halb sicher T? Ich hab neben Snae ne Plasma hingeworfen und er ist reingelaufen. Ja, der ist gestorben. Der ist reingelaufen. Deadwinger, oder Deadwinger? Nein, er ist reingelaufen. Deine Punkte, Cyrebot, ey. Hey, du bist reingelaufen, Snae. Cyrebot, okay. Du hast auch Damage bekommen, okay. Ja, er ist reingelaufen. Exe, bleib kurz stehen. 60% ist Cyrebot Trader, wer gibt mir 40%? Komm mal kurz zurück. Komm mal kurz zurück. Wer gibt mir 40%? Hört auf. Ich hab leider keiner. Nen Diskus? Aaaaaaah. Äh. Da geh ich gleich in die Kirche, wenn das so weitergeht. Snae hat mir Stimmel. Snae, was für kein Terminal, wenn du tot bist. Oh fuck. Egal. Du gehst jetzt mal raus, ey. Oh ja. Hey. Bin ich hier dann? Wer ist da oben? Reaper? Ja. Reaper. Wer hätt's gedacht, dass Reaper Trader ist? Äh. Ich nicht. Ja. Wer hätt's gedacht, dass Reaper Trader ist? Wer hätt's gedacht, dass du beide Trader seid? Weepa und... Na, wo lebst du noch? Na, wo lebst du noch? Ja, ich leb noch. Ja. Ehh. Einer wäre von euch Indo ist, kann die anderen abfallen. Echse, was ist denn der Grund, dass du kein Trader bist? Wie gesagt, auf mich wurde da geschossen. Es war sehr wahrscheinlich... Na, wo... Vorsicht, 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 Vorsicht! Ja, wow. Tschüss, Echse. Äh, warte mal, Reaper ist doch tot. Ich schwimmen, tot. Hä? Hä? Die war blöd zu den Disco jetzt. Ich check grad gar nichts mehr. Ich hörte einer, wo alles schießt, hat sich berichtet, wann war. Ja, ich mach das einfach mal. Ja, ich mach das nicht mehr. Auf Anwarn! Da schießt doch alles, was ich bewegt. Das Geile an der ganzen Aktion war, Cyberbot. Die erste Disco, die du als Disco identifiziert hast, war eine Weapon Disabled Grenade. Was für den Ding? Das Geilste war, wie ich Snape versehentlich gekillt hab. Ich werb die Plasma an ihm vorbei. Sie rollt den Hang hoch, rollt zurück und er läuft genau rein. Es war mir eh schon klar, dass Reaper Traders als Cyberbot so ohne Kommentar identifiziert hat. Äh, letzte Runde. Letzte Runde leichtes Glück. Klau mir jetzt nicht noch meinen Satz. Ich hab grad noch so viel Bock auf TTT. Das kann nicht wahr sein. Ja, weil du vorhin so lange gegessen hast, das ist dein Karma, Alter. Also, ähm, Sättigung mit Christoph TTT, oder wie? Wenn die Runde jetzt kurz sind, dann nicht noch eine dranhängen. Ey! Wann war nicht zog auf öffentlichen Zerber noch? Jetzt hat Snape mir ganze drei Schaden gemacht. Wann war mir zog noch auf öffentlichen Zerber danach? Ich hab mich gleich für den TS verabredet. Komm mal später. Oh scheiße, nicht hochgehen! Puh, Passport! Was ist denn da? Da ist hoch auf dem Turm! Snape! Was ist da oben? Ich hatte eine Disco geworfen, die ist mir aber abgebreitet. Ich wollte ja nicht runterschleißen. Was geht denn da für einen Scheiß ab? Was geht denn jetzt? Ist gleich. Nee, wenn ich topen, ist es nicht. 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 Ja, da meinte ich. So, meine Güte. Scheiß FS, was da auch immer manche ablehren. Wir können alle vom Turm die ganzen Discos runter. Jupp. Snape schießt auf mich. Nein. Seiber ist vorne. Ja, okay. Schieß aber mit der Diegel. Der Diegel schießt das Traitor. Ich hab den Berg nicht hoch. Ich hab doch nur auf dem Dings geschossen. Auf dem Aktenschrank. Ach du Scheiße. Das ist natürlich Hardcore. So richtig Hardcore. Das ist Snape. Snape habe ich gerade erschossen, weil der Cyberbot im Fahrstuhl erschießen wollte. Ich hab den Laser gesehen. Shotgun im Haus drin. Im Haus drin. Im Haus des Leuchtturms. Im Haus des Leuchtturms. Im Haus des Leuchtturms. Ich stand bei Cyber. Wer war beim Reaper gerade? Wer war beim Reaper gerade? Wer war gerade beim Reaper? Nabo war es nicht. Das müsste ich gewesen sein. Ey, Reaper schieß auf mich. Ja, dann ist es Reaper. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat mir der Diegel auf mich geschossen. Er hat mir Schaden gemacht. Hä? Er hat hier auf das Dings geschossen. Er hat mir Schaden gemacht. Er hat mir Schaden gemacht. Was? Wann war es das? Wann war der Reaper umgebracht? Wann war es das? Ich? Ich habe nur denjenigen, der extra getötet hat, umgebracht. Ich geh ja schon gucken. Ach, das wäre langweilig, den nochmal zu kaufen. Jetzt wird ganz einfach dieses Haus da drüben shoppen. Ich? Ja. Das ist, da steht doch Kaufland drauf. Deswegen geh ich da rein. Kaufland? Kaufland? Gehen wir alle mal zu Kaufland. Da ist der mich Wahn war gerade und kauft sich gerade ein Traitor-Item, weil er sonst nichts kann. Ach, pappla-papp. Ich wurde gerade durch eine leichte im Fahrstuhl verletzt. Sehr geil. Gut. Ja. Voll Spaß. Oh. Ach, Mann. Reaver, du hast mir aber damage gemacht im Team. Na, überhaupt? Okay. Ja. Und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bei Yolara.